Platz 1 bei den Saatscharts geht heute an die neue Single von Rita Ora, You Only Love Me. Zu erletzt war sie ja auf der 1 vor fast 2 Jahren im April 2020 mit ihrer Single How To Be Lonely und jetzt nach fast 2 Jahren Pause zurück mit ihrer neuen Single You Only Love Me und mit der ist sie heute am 25. Februar 2023 ganz oben an der Spitze der Saatscharts. Untertitelung. BR 2018 Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.